So, nachdem wir jetzt hier gespeichert nochmal haben und keine Kinder da sind, was schon etwas merkwürdig erscheint, werden wir einfach mal langsam uns nach oben begeben. Und, ach deswegen, war der fast kopflose Nick hier. Oh nein, nicht noch ein Angriff. Potter? Was ist denn hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn so gefunden. Mir nach, Potter. Ach komm, ich gar nicht. Wollte ich euch erst mal um den Nick kümmern? Na gut, okay, erst tot. Stimmt, bisher hatten wir ja nicht so viele Opfer gehabt. Professor, ich schwöre, ich habe das nicht. Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand, Potter. Da geht's, Dumbledore. Ach komm, Spruch, sag den Spruch. Ach man. Durch diese Tür, bitte, Potter. Da gab es nicht irgend so einen Süßigkeiten-Spruch, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Es dürfen gerne übrigens die Harry Potter-Fans, die eigentlich vielleicht in die Bücher noch ganz gut im Kopf haben, gerne kommentieren. Ich habe sie lange nicht mehr gelesen. Aber mir war es, als wäre das irgendein Süßigkeiten-Spruch. So. Hier holen wir erstmal eine Karte, nehme ich an. Nein. Okay. Das muss Professor Dumbledore's Büro sein. Wer weiß, vielleicht hatte ich ja jemand anderes auch zu einem Speziellen. Der Vogel sieht krank aus. Er ist in Flammen aufgegangen. Tja. Wenn man sich anguckt, Harry wird nein. Lippendo! Wir haben den einen gegenseitig identifiziert wieder, der man schön nach unten zaubern kann. Sonst ist hier erstmal Kruz letztlich nicht viel. Der Hut. Sprechender Hut. Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie ihn aufbewahren. Du fragst dich, ob ich dich ins richtige Haus gesteckt habe? Ja, bei dir war es besonders schwierig. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Oh Gott. Na ja. Guten Abend, Harry. Professor, ihr Vogel. Ich konnte nichts machen. Er hat einfach Feuer gefangen. Fawkes ist ein Phönix, Harry. Phönixe gehen in Flammen auf, wenn es an der Zeit für sie ist zu sterben. Und werden aus der Asche neu geboren. Faszinierende Geschöpfe, diese Phönixe. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Phönix Tränen wohnt einer Heilwirkung inne. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Professor, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es nicht war. Ich weiß, dass du es nicht warst, Harry. Aber ich will trotzdem mit dir reden. Harry, ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest. Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Was immer es auch sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Gut. Wenn du dir sicher bist. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht, Professor. Ich wollte mich im Büro umgucken. Da bist du ja. Du musst zur Toilette der maulenden Myrte. Hermine wartet auf dich. Gut. Dürfen wir ab sofort hier rein? Nein. Okay. Oh, Goblins. Siehe, dass ich einen Lichtschein bei dem Schrank. Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir gehen mal rein. Ach, es sind wieder diese Clipping-Failure. Ach, ich hasse es. Ich habe jetzt die Aufnahmen nochmal ein bisschen durchgeschaut, die letzten. Also, ich kriege es zur Zeit nicht hin. Entweder es läuft nicht, das Spiel. Oder aber wir haben diese Clipping-Failure. Deswegen, es tut mir leid, ihr müsst die leider jetzt erstmal ein bisschen ertragen. Hihi. Sorry. Es tut mir leid. Alohomora! 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 Okay, das... Das wird das Tisch. Mir nach, Harry. Warum hörst du genommen? Alohomora! Okay, was ist mit das hier? Die Pencil! Ach, guck einer an! Eine Sprungplattform. Und zwei Drohnen. Wir können dabei keiner von dir herhob, oder? Guck mal, wie hoch wir springen können. Da schaffen es nicht mehr, durch das eigene Bild hochzugehen. Wir werden hier die Sprungplattform brauchen. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Ist man dann... Ich kann jede Richtung jumpen. Hm. Okay, das bleibt also noch... Mysteriös. Das hatten wir schon. Sorry, ich zauber alles nochmal gerne an. Hä? Ich glaube, ich flüte. Das ging doch nur in Krankenflügel. Das heißt, ich bin sowieso schon weit oben. Das war... Oh, das war zu ihm. Hm, hm. Entschuldigung. Das war... Zu Dumbledore's Büro. Und da müsste das jetzt eigentlich dort hinführen, oder? Ja. Sehr gut. Dungaron, dies machst du echt gut. Ausnahmsweise mal, bist du in Hilfe. Allo, Aurora! Äh, nochmal zur Slytherin. Ähm. Sie sind ja per se schlecht gewesen. Hier ist Klippigs Zauberkunst-Klassenzimmer. Sie sind genauso gute Zauberer dabei gewesen. Also von daher, wenn wir drei gewählt wurden, wäre es halt so gewesen. Aber es ergibt sich natürlich viel besser, dass wir bei den strahlenden Löwen von Griffendor sind. Oh, ich bin im Klassenzimmer für Verwandlungen. Mhm. Wo lernen wir den letzten Zauberkennen eigentlich? Bei welchem Leacher? Ah, hier war Sprungplattform, glaube ich, ja. So, das ist immer noch geschlossen. Hier kommen wir rein. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die maulende Mutter mit der Vielsaft dran ist. Slypendo! Jetzt schon seine Auswirkungen zeigt. Oh ja. In einem Mädchenklo fühle ich mich irgendwie gar nicht wohl. Ich wünschte, die Leute würden mich endlich in Frieden lassen. Ich habe auch Gefühle, müsst ihr wissen, obwohl ich tot bin. Sie ist sehr empfindlich, stimmt's? Was stinkt hier so ekelhaft, Hermine? Das wird der Vielsaft-Trank. Jetzt brauchen wir nur noch eine Zutat, um den Trank fertigzustellen. Wir brauchen noch ein Stückchen von Goyle, um den Trank fertigzustellen. Das ist ja ekelhaft. Aber wie finde ich Goyle? Um diese Zeit stopft er sich normalerweise in den Kerkern den Bauch voll. Du brauchst nur den herumliegenden Essensresten zu folgen, um dir ein Stückchen von Goyle zu besorgen. Bring es mir dann hierher. Viel Glück, Harry. Danke, Ron. Danke, Ron. Abraum nicht von Crab und Goyle, was? Weil wir uns beide verhandeln können? Okay. Da vorne sehe ich schon Snape. Oder? Nein, das ist doch... Goyle. Goyle. Wie konnte ich das denn? Das ist ein Kanal. Da ist Goyle. Ich folge ihm. Und Essensreste. Das ganze Hähnchenbein hast du da gelassen, Junge. Was ist denn das für ein Leben? Und das hier hinten hat ich auch schon gemacht. Nein, nein, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal weiter. Wir können... Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann selber noch alles absuchen dürfen. Oh. Sind wir da bei den Slytherins im Aufenthaltsraum? Wie, die gehen in den Cargo und dann gehen die mehrere Treppenstunden nach oben? Ach, Baumkuschler. Okay. So. Nummer eins. Wie viel Hände hat er gehört? Da ist eine Wendeltreppe hoch. Okay, machen wir das erstmal. Wie kalt. Der Schöppelins gehört vor uns drin. Weil er ist ganz laut. Defendo. Dann wird er immer leiser werden. Defendo. So, was haben wir hier? Ein komplettes Einzellevel jetzt. Interessant. So, wir haben eine Karte. Und das ist Roderick Plumpen. 1889 bis 1987. Sucher im britischen Quidditch-Team. Fing in 3,5 Sekunden den Schnatz und hält es um den britischen Rekord. Den hatten wir auch im ersten Teil. Defendo! So, was kriegen wir hier? Defendo! Ah, mehr Treppenstufen. Oder mehr Absätze werden uns freigegeben. Sehr schön. Sieht irgendwie seltsam aus, oder? Hier mit dem Holz. Pfeilern und rübergehend. Kann ich nicht ganz deuten. So, da könnten wir jetzt hochspringen und dann langsam hochgehen. Ich kann nur erstmal... Hä, warum ist denn das überhaupt da? Ich meine, ich kann doch schon von oben springen und kriegt die... Oder etwa nicht. Achso. Kann ich so von der Seite springen? Nein, das ist zu weit. Okay, dann holen wir uns die Bohnen. So wie es gedacht ist. Denn 550 Bohnen. Respekt herrlich. Wenn wir die 1000 Gäste schon gekauft haben, sind ja jetzt eigentlich langsam mal die Kraft wieder dran. So, damit kämen wir weiter und könnten aber genauso gut erstmal hier rüber gehen. Und uns die Bohnen holen. Ups. Und, ups. Und können wir da rüber sogar? Na, das ist doch super. Okay. Kerker, mir folgen geil. Okay, ich komme damit noch nicht ganz klar, dass wir jetzt hier oben sind, aber das wird geschichtlich schon passen. So, wir gucken nach. Die Sessel sind nicht verzauberbar. Nix. Man kann nur das ganze Pflanzenpapen. Direkt nur hier. Die Hemdlo. Damit käme man also rüber. Denn hier endet der Weg. Okay. Ha, tut um die PNG-Textur. Sehr schön. Ich finde, hier runterfalle, lande ich ja noch im Level, aber es wird trotzdem reichen, dass ich tot bin, nehme ich an. So, hier können wir seitlich reinspringen. Da ist geil langgegangen. Die Nase. Bestimmt. Nicht. So, hier können wir auf den Mittelbalken springen. Das ist die einzige Möglichkeit, da das mitzunehmen. Ach nee, wir müssen sogar, weil, wenn wir runterfallen, sind wir bestimmt tot. Mal kurz die Bilder absuchen. Ist hier irgendeines auffälliges? Okay, von der Gegenseite nehme ich an. Ich dachte aber da, wo das Zeichen drauf ist, ah ok. Flipendo! Ich hab's gesagt. Flipendo! So. Flipendo! 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 Warum kann ich das Ding dort bewegen? Flipendo! Diesen Pluck. Ich gehe nochmal näher rein. Flipendo! Ich kriege ihn ja gar nicht weg von der Wand. Das ist vollkommen ja gar nicht hier hoch. Warum ist der Pluck da? Und kriege ich, wenn ich ihn nicht runterkriege, bringt er mir auf. Flipendo! Okay, das verstehe ich gerade nicht. Deswegen, wir gehen mal runter. Ups. Boah, da bist du tief. Boah, ich sehe nichts. Es ist dunkel. Im Kamin. Eine Kaminsonate. Wird gespielt. So, wir haben ja bei den oberen, nein, nix. Dann hier beim Holz nicht. Dieses kleine Schächtelchen auch nicht. Aber hier ist ein Bonus. So, jetzt ist es weiß vorgebogen. Da oben. Okay. Wir müssen also dort hochkommen. Hat das was mit der Kiste zu tun? Da er nicht lange hält, müssen wir sogar relativ schnell sein. Ich hätte es wahrscheinlich sogar gleich noch erneuern können. Da ist er dort drüben. Wir müssen schnell hochkommen. Flipendo! Das ist witzig. Wie kommen wir... Jetzt müssen wir mal kurz was testen. Ah, guckt an. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Oh, ausklappte Kräuter wird, dass wir auf den Leuchter springen. Können wir dann so ganz schräg... Ah, nee, da falle ich runter. Ah, fast. Okay. Oh. Ach, Leiter's Wort trank mir bestimmt. Vergessen. Das hat bestimmt mit der Truhe oben zu tun. Äh, mit der... Flipendo! Da schiebe ich das ja nur nach hinten und nach vorne mal kurz um ein Feld. Ich hab grad keine Ahnung, wie ich da rankomme. Lass es nochmal hochgehen. Das wird kaum, Leute. Das geht um kaum. Lassen wir Goll-Ma-Goll sein. Wir können nur von hinten sauben, dann rutsches eins nach vorne. Wir können von dort sauben, dann rutsches eins nach hinten. Aber ich krieg's nicht komplett raus. Ne. So, und da jetzt auf einmal. Himmel? Achso, das ist ein Kamin, genau. So, da kann ich ja durchaus was oben sehen. Lumas, Lumas, Lumas. Wir müssen ja irgendwie wieder hochkommen. Wir probieren jetzt nochmal über diese getrickte Variante hier. Spring rückwärts, Harry. Na, das ist knapp. Ich würde fast sagen, das könnte gehen. Aber das ist nicht der Weg, den man gehen sollte. Es gibt hier irgendwie... eine kleine Stelle, die ich noch nicht kenne. Wir hatten Lumas auch schon oben jetzt gehabt. Das hat man vielleicht gesehen, dass es da irgendwo... Oh Gott, oh Gott. Da kraxelst du aber. Hm. Nun gut. Es hilft nichts, ich seh's gerade nicht. Also von daher, wir gehen weiter. Vielleicht fällt mir's ja später auf. Und ein, wie ich's mache. So, spinnen. Ich komm hier nicht hoch. Oh. So, was ist das andere? Flipendo! Ich schwöre. Ja, halt. Jetzt haben wir doch immer rot. Ach, hier kommen unsere Runde werben. Komm mal mit. Flipendo! Genau. Oh Gott. Flipendo! Ich meine, hinterher ist das der Schwanz, oder ist das nicht das, was ich denke? Flipendo! Flipendo! Und Schuss. So, da haben wir doch gleich. Flipendo! Flipendo! Und wir haben ein Geheimniswesen weg. Das erste. Das eine haben wir gesehen, aber nicht dran gekommen. Ich wollte es nur nicht noch länger brauchen. So. Ich könnte da was runterrollen von oben. Das sind Pilze erst mal. Wir haben hier die Chance, da ran zu zaubern. Sollten wir das jetzt schon tun? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Des Weiteren kann man hier das Grenz zaubern und diesen Raum freilegen. Dadurch könnte man hochkraxeln. Okay. Deshalb ist schon das Checken. Ach, schmerz. So. Ganz entspannt. Okay, ich würde sagen, da geht der offizielle Weg weiter. Hier kommen wir jeweils hoch. Hier oben sind Frösche. Ganz schön viele sogar. Okay, dann heißt das also, wir sollten den Weg dort rechterhand nehmen. Also, würde ich jetzt einfach mal sagen. Können wir hier schon reinspringen. Uh. Damit können wir hier die Kiste rausholen. Und die Richtung verschieben. Weil die ähnlich hier hoch geht, nehme ich an. Und damit gehen wir hier hoch. Sehr schön. So, da ist schon mal ein Kno. Defendo! 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 Ach, halt, ist aber was abgekriegt von dem Pilz. So. Und rein mit dem. Darin können wir uns hier hoch machen. Komm in das Dachgeschoss. Schön, dass wir am Kerker anfangen und überhinkommen. Oh, Lumos. Hier irgendwas zum Zerstören. Nein. 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 Das bin immer mit. Flupperwumschleim. So, hier geht es auch nochmal, Lumos. Alter Verwalter, das hier geht es gar nicht schon ab. Das ist gar nicht schon viel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hier der normale Weg ist. Also, machen wir es mit Lumos. Okay. So, da haben wir aber noch unten Lumos. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ist hier eine Tür, die zufallen kann, ich glaube nicht. Defendo! Defendo! Sonderareal verkauft haben, ja. Defendo! Defendo! Ah! Defendo! Oh Gott, ich weiß echt nicht, was hier haupt und was Nebengang ist. Das macht mich gerade ein bisschen körre. Das ist relativ untypisch. Bisher war das relativ linear. Also, nicht ganz so linear wie in dem ersten Teil, aber... So, damit sind wir hier oben. Ach, wo die Schnecken sind, genau. Und haben eine Abkürzung freigeschaltet, sehr gut. Da sind Frösche, da schnappen wir uns jetzt mal ein. Ich sag ein. Guckt mal an, hier die Tür. Kann Zeit nicht geöffnet werden, dann müssen wir was tun dafür. Okay, Speicherbuch. Oh Gott. Das kann zufallen, dass... Nein, Speicherbuch sagt mir, in die Richtung geht es weiter. Das wollte er nicht. Okay, dann machen wir mal inzwischen mal die ganzen anderen Wege. Checken mal aus. Die restlichen fünf Geheimnisse, weil ich habe ja eins übersehen. So, da drüben könnte man irgendwie noch rüberkommen. Und hier unten ist einmal, die bewegen sich auch nicht. So, da drüben könnte man sich... Einmal... Kassel... So, da drüben könnte man... So, da drüben könnte man... Das habe ich gar nicht verstanden, warum. Das ist immer so, wenn diese Scheißpflanzen gerade... K.O. gehen, dass sie da noch einmal... ...schauen machen. So, Gott. Komm mit... ...Brosch. Dankeschön. Da drüben geht es auch noch ein Pils. Das heißt, das ist die... ...Gute. Wir haben wenig Kontenzerkunden. Ein Änderungs, aber... ...ungewöhnlich. Beziehungs, mehr außer den Frosch. Dann versuchen wir mal gleich rüber zu kommen. Okay, das erreicht mich immer. Hier unten ist nix. Das heißt, wir können sogar den Weg mal wieder zurückgehen. Wir hatten hier schon einen... ...und hier war irgendwo noch ein Lumos. Lumos T. Wo sehen wir was? Hier wäre es blöd, weil hier ist der nächste Lumos. Ist ja irgendwie doppelt geordelt. Irgendwo ist jetzt Lumos. Das heißt, irgendwo davor muss das gewesen sein. Okay. Ich würde ja sagen, dass wir da drüber kommen... ...auf diesen anderen... ...Alt Kurvengang. Übrigens, diese Wand macht... ...macht mich zu schaffen, weil es so... ...stark ungeschäfft von den Schatten ist, das... ...das könnte was sein. Ach, guckt an. Da. Da wird still in der Block und... ...und hoch. So, aber das war's auch schon. So, sehe ich was falsch. Okay. Hätte ich mir jetzt mehr vorgestellt. Gut. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Shepard hat diese Kiste hier rausgeschoben. Das heißt, hier könnte ich noch reingehen. Achso, damit käme ich nur hoch. Ich habe also den... ...die haben einen schwieriger Irrenweg genommen. Sehr gut. Ach komm, diese Tore, das sieht doch so aus wie... ...bezauber mich, bezauber mich. Na dann eben nicht. Wir können uns die Strasse nochmal Lumos holen. Okay, wir haben also einen Weg gefunden, wo es zum Speicherbuch geht. Das aber weg war hiervon, würde ich fast behaupten. Wir können erstmal hier reingehen. Hoffentlich ungefähr. Das war die größte Tür, aber warum bitte so mit dem Speicherbuch? Flipendo! Ah, da ist alle eine Falle. Flipendo! 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 Ach, und deswegen ist da oben der Gang. Ja, wir haben einen Zauberkarte gefunden. Und zwar, Beatrix Subloxam, 1794 bis 1810. Okay. Schrieb Kinderbücher über Giftpilze, die Übelkeit hervorriefen und deshalb verboten worden. Was mich bei der hier stört, ist gerade aber eher die Jahresangabe, 1794 bis 1810. 16 Jahre noch? Ich glaube nicht. Flipendo! Kinderbücher über Giftpilze. Warum nicht? So. Damit ist der einzige Weg, der noch frei ist jetzt, der Weg hier. Müssten wir davor alles erkundet haben, bis auf die eine Stelle, wo ich halt nicht wusste, bei einem Kamin, wie es geht. So, hier sind Gnome, das hört man schon. Oder Pixies. Eins und beiden. Hier sind so viele Bücherregale, aber irgendwas. Danke. So, ich habe es gerade schon gehört. Und da ist die Zipno. Alle Aurora! Und da ist es. Alle Aurora! Und da habe ich die 3 oder 4. Gym, 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 Gym. Wer weiß, dass es innerhalb eines Stück ist und dann vergeht dein Lumos-Zauber, kommt er eigentlich gar nicht mehr raus, weil man kann den ja nicht updaten. Aber ja. Das wurde hier wahrscheinlich nicht beachtet, sondern einfach mal bleibt drin. Sobald wir da rausgehen, wird es halt genullt. So, was haben wir denn hier? Da ich höre es schon wieder krummeln. Alles gut, nicht so umfurtzend. Wuh! Flipendo! Achso, das ist jetzt mal super. Das mal, okay. Guck da. Alle Aurora! Damit können wir hochgehen. Achso, das ist hier. Unter mir ist ein Gang da runter. Oh, sogar mit Kamerafahrt. So, wir gehen trotzdem mal hier entlang. Ob hier irgendwo eine Wand vielleicht? Lass uns mal an, da ist schon eine Kiste da. Hallo Aurora! Oh, Karte und Bohnen. Dass ich sowas noch erleben kann. So, wir kommen uns gleich mal die Karte an. Denn wir haben gefunden. Devlin Whitehorn, geboren 1945, gründer der Nimbus-Rennwesen-Gesellschaft. Okay. So, also mit Lumas kriegen wir dort unten einen Gang frei. Jetzt ist aber erst mal so die Frage, was sind denn die Alternativen? Alternativen ist hier. Ach, guck an, da unten sehe ich Flipendo. Und hier ist alles giftig. Und hier ist alles giftig. Entschleimung! Ich halte die Tür zu. Entschleimung! Kann man hier runterfallen? Ja. Oh, guck mal, die Frösche. So, sagen Sie jetzt so, bis ich schon den Charakter von weiterkommen. Genau. Deswegen haben wir dort ein Speicherbuch. So, hier ist ein Schrank, der nicht auswählbar ist. Gut. Das heißt also, wir sollten das hier spielen. Gut, wir könnten runterfallen. Nein, Peefs. Entschuldigung. Ich bin allergisch auf Hausgeist. Gut. Das heißt, wir haben noch zwei Sachen zu tun. Nämlich Nummer eins. Wir müssen den Flipendo-Zauber hier anwenden. Wir müssen den Flipendo-Zauber hier anwenden. Achso, wenn die alle... Ich kann aber nur... Ach, guck mal, die sind leicht. Flipendo! Das ist ja seltsam. Seht ihr, das ist... Wahrscheinlich von unten sollte man angeblich nur zaubern können. Was macht das? Ergibt das keinen Sinn, dass diese Richtung für den obersten steht. Oh, zu Glück hat er nicht getroffen. Denn wir wollen jetzt... Was kein Geheimnis ist, sonst wird der Saison. Denn wir haben aber noch fünf. Okay. So, da drüben ist noch eine. Ihr seht schon, was wir machen. Wir verschieben das so, dass keine Riegel mehr aktiv sind. Theoretisch müssten wir jetzt alles zweimal verschieben. Und dann sind wir soweit. Flipendo! Okay, nur eins. Flipendo! Zweite Ebene. Und, und... Flipendo! Flipendo! Alorora! Kein Geheimnis. Und wir finden... Edgar Straugler. Straugler. Straugler, ja. 1703 bis 1798 Erfinder des Spikoscopes. Ohje, ohje. So, und wir nutzen jetzt doch noch mal etwas. Weil ich gerne trotzdem den anderen Gang bereichte. Rot. Und da blau. Was heißt das? Okay, damit kriege ich nur den Gang. Zurück, warum kriege ich denn nochmal den Gang? Gibt's hier noch ein Geheimnis? Oh, jetzt lässt ich Beispiele auch ganz schön weit weg. Also, es wäre cool. Ist das einfach nur noch ein Hinweis darauf, dass ich alles rot und alles blau machen soll? Flipendo! 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 Seht ihr, von der Richtung aus gesehen, passt das genau. Flipendo! So, rot und blau. Ich konnte jeweils, also ja, wenn's blau ist, kann ich drüben rein, wenn's rot ist, kann ich dort rein. Aber da reichen, brauche ich nicht die Farben kurz, da kann ich einfach schauen, wie hier da die Hebel im Weg sind. Okay, warum da nochmal eine Lumos-Zauber ist, verstehe ich auch nicht. Okay, das ist irgendwie ein Rätsel, was leicht doppelt gemobilt ist. Aber, ist ja egal. So, hier waren wir schon drin. Nochmal Lumos-Zauber. Das ist schon drin. Achso, ich glaube, hier ist Lumos, damit wir wirklich was sehen. So, wir springen aber einfach diagonal, da brauchen wir uns keinen Kopf zu machen, dass wir hier irgendwas nicht erreichen können. Hier können wir drauf laufen. Können wir irgendwie erhöht saubern? Wir machen nochmal etwas an. Falls auf den letzten Metern irgendwas passiert ist, kann man hier halb reinspringen. Nein. Doch, hier ist wieder ein Weg nach unten. Und kein Weg hoch. Flipendo! Okay, Akau, bis im Dach. Harry Potter. Ist das der Sportunterricht für die? Haben wir eigentlich sauberer Sportunterricht? Ich bin interessant, das zu wissen. Okay, du bist weg. Achso, ich komme hier nur durch. Ja. Wenn ich hier lang gehe. Weil Harry Potter kann nicht dupen, was ich in der Zeit habe. In seiner Zauberer-Ausbildung. Okay. So, auf der Gegenseite dagegen ist nur das Schloss. Wobei wir da beide Töpfer vorne sind. Hallo, Frosch. Du entfamst mich nicht. Ich könnte hier drauf springen. Achso. Oh Mensch. Die Bingo! Zäubern? Das kommt nicht ganz... Geheuer? Ich bin jetzt erstmal weg. Dann kann ich hier was anzaubern, was hier die Tore öffnet. Ich sehe auf so Rang. Hier komme ich in erstaunlicherweise nicht hoch. Okay. Ach, guck mir einen an. Wen haben wir denn? Zeig mir deinen Hintern. Ich zeig dir, wer du bist. So, ja, ja, alles gut. Bisschen Nachdruck. Gut. So, jetzt sehen wir hier drin irgendwas. Tierschen, oder? Da ist ne... Ach, ist wieder Essensreste. Okay. Ähm. Das heißt, der einzige Weg gerade führt uns hier an. Ich habe schon fast 110 Buhren hergeholt in dem Level. Nicht schlecht. Damit kommen wir hier rüber und haben das folgende. Eine Schnecke. Eine Zunge. Das Grünzeug ist leider noch am Ende. Aber man könnte hier rüberspringen. Ich höre auf weiße Gnome. Muss ich eigentlich runter? Ne, das ist einfach nur zu. Seil halten gewesen. So, fangen wir mal an. Erstmal schnell. Nicht die Sämter! Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! Also, Gnome! Ich muss vorsichtig sein, damit Gnome nicht aufwacht. Da ist er. Schläft wie ein kleines, hässliches Baby. Harry. Und diesen Weg macht Gnome ganz jeden Tag. Die Pemdo! Na dann, ich hoffe, ganz so viel erst wirken. Das ist die Sämter! So. Die Pemdo! Wir gehen erstmal den inneren Weg hier lang. Können wir vorstellen, dass dahinter sich noch was verblockt. Die Pemdo! Die Pemdo! So. Nur mal sauer. Da drüben ist es. Ja, es ist vielleicht auch stich. Und kassig. So, das müssten jetzt sechs für nacht sein. Sehr gut. Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! Und schalte ich an. Die Pemdo! Die Pemdo! Die Pemdo! So, wo ist einer? Da? Die Pemdo! Ich weiß. Die Pemdo! Die Pemdo! So, da oben können wir noch was durchzaubern. Eine Silberkarte. Oh, Circe. Oh, Circe. Eine Altgriechin lebt auf der Insel Aja und verwandelte verschollene Segler und Schweine. Ja. Okay. Das war aber doch ein Geheimnis. Damit war es das Letzte. Also, passt so dazu, dass wir jetzt gleich bei Gold sind. So. Ich stehe ein. Wap, 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 wap. Schneck. Spann dich. So, ich muss leise sein. Was heißt denn hier leise sein? Durch was macht man denn Geräusche? Ich glaube nicht zaubern vielleicht. Da ist ein Schloss. Das ist nicht leise. Ja. Slipendo! Tsssssssssssssssss. Ganz leise. Alohomora! Slipendo! So. Kann ich schon fast anzaubern? Nein. Ihn anzaubern? Das wäre einfach nur das Spaß gewesen. Soll nicht so laut sein. Ich glaube schon. Ich muss das Stückchen von Goyle zurück zu Hermine ins Mädchenklo der mauernden Myrte bringen. Ich bin anzaubern. Soll nicht so laut sein. Ich bin ein etwas albeiligt. memang ich nicht so laut doing. Schleiche disse. Ich bin ein sehr auf drei Meter. Dann haben wir uns an uns vardı. Und das ist es auch so laut insgesamt. Und esAnnouncer wäre es einfach nur dabei. Soll nicht so laut sein? Ich bin ein sehr hogher gesagt.